und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft teams und ja wie ihr seht ich bin voll netherworld der liebe melon joshi hat für mich die rüstung enchanted etc und wir werden jetzt den ender dragon besiegen ich habe alles per rat ich muss jetzt nur noch ein bisschen steak wir haben gerade ein raid gespielt jetzt auf einmal spontan wollen wir jetzt den ender dragon besiegen ich brauche die erste lütre ok die erste die wir finden kann ich nehmen was ich habe auch noch so aus ausrüsten glöcke fackeln schwert pfeile weil ich habe unendlichkeit ok ender perle wäre vielleicht gut habe ich keine ok eigentlich nichts mehr wasser einmal habe ich nehme vielleicht auch sicherheitshalber totems mit ich habe drei totems nah zwei mitnehmen mindestens also maximal eigentlich einfach so als ersatz noch ein totem ok ihr muss ich im inventar behalten in der rechten hand halten aufwenden ja ok das andere fleisch brauche ich jetzt erstmal nicht bin jetzt erstmal gut versorgt denke ich mit dem neta portal weiß wo es ist da geht es dann neta portal auch zum neta portal wir haben doch eine verbindung zum end portal mit dem neta also ich hoffe ich habe jetzt hier alles dabei was ich brauche ok ich bin mal aufgeregt ich auch wäre jetzt bitter wenn man jetzt im neta das totem schon verlieren nein falsche richtung jetzt lang ja jetzt bitter wenn man im neta schon unser totem verlieren ja aber wir haben ja keine schlechte rüstung ja warum ist es nicht vielleicht weil wir mit dem neta sind ja jetzt würde ich erstmal aufhören gerne zu brennen wenn ich rüber gehen kann danke du weißt du wirklich nicht ich weiß wo es kommt dann geht bis hinter mir ja wo ist es ja ach so was soll ich immer was eine frage vorlesen ja ok denn der sechs tiere die ausschließlich in der arktis leben aber schließlich in der arktis pinguine sechs tiere es ist eine fangfrage es gibt keine sechs tiere soll ich das sagen ja pinguine ding ist polarbären möchte das sagen ja sag mal vier eisbären und zwei robben das war mal so eine schul frage da fragt der lehrer einfach so ein schüler nein die haben es geschafft los rein 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 ohne go oh ja ja wo ist warum bin ich bei glenni weil wir alle zusammen es geht los meine freunde es geht los go 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 okay go ich bin gar nicht so richtig drauf vorbereitet alter gehen so schnell rein go das ist der ist schon kaputt ach man da oben noch einer ach die okay das war's das war's nee da oben noch einer wo da ganz oben wo als er diese ender mensch alter diese endermans kotzt mich an und achte er da oben ja wo wir drauf schießen kann ich mal hier also ich gehe da jetzt hoch ich gehe da jetzt hoch okay ich gehe da oben so viele pfeile schon ab ihn okay oh mein gott bin fast tot du bist fast tot ja das jorge viel schaden machen ja achtung also diese flüssigkeit ist auch genau über dem portal ja die verschwindet nach einer zeit wie sie immer dort in der mitte bleiben wegen dem ei sobald er nämlich down ist worden das ei also deswegen gut dann direkt und dann direkt rechtsklicken draufschlagen draufschlagen direkt drauf probieren einfach abbauen einfach abbauen einfach abbauen also aus ob das abbauen wolltest okay weiter kann er mal runter kommen äh pfeile kommen gleich wieder zurück weiter das gleich down nein doch glänny geh weg easy drache drache hey nicht schlagen hallo ab abbauen probier abzubauen ja attackieren nicht das ist schon weg abbauen wo ist es ah hier da abbauen misi runterbauen 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 ursprünglich abbot abbot abbauen abtat ja die töten mich also nein ab für die da können sie behalten kommen wir gehen nach jetzt überhalten brauchen wir jetzt schild auch okay wir haben minecraft teams den enderwägen geholt leider nicht das ende aber die sind kommen die sind zu dritt wir sind nur zu zweit die sind nur zu zweit aber trotzdem ja da käme ich auch und die flamme sind auch so hoch ich kann ja nicht sehen ja kommen wir gehen hier dings portal jetzt portal war ja wo ich und doch den wir uns schon hinbauen ich warte ich doch hier eine enderperle da rein schmeißen ach du hast schon eine rein schmeißen auch du hast schon im transit okay und jetzt suchen wir schnell ein fest und schnell suchen teilen wir uns auf oder bleiben wir zusammen können auch zusammenbleiben und dann müssen auch feine an richtung wird es dort verdient ja er hat mich die ganze zeit angegriffen so verdient karma das ist kam ein fest und wenn es nicht wie sie in der mehr greifen nicht an wie sie mit schiff mit schiff mit schiff ich muss mich darauf und ich muss mich darauf und mit schiff ja ich brauche mich hoch ich habe das nicht behalten an musste auch da machen wir machen wir hast du dich hoch gebaut ach so ich habe der hydra hinter am horizont jetzt weil die sind jetzt erstmal im trend transit oh mein gott wir haben zwar nicht das drachen auge aber wir haben den liefern und ich habe die ender chest weiß das hier dass wir das hier die raketen werde ich brauchen ach das bist du hier ist das schaufel reparatur und nämlich mit helm nehme ich auch mit eisen nämlich auch mal die dinger brauche ich das kann ich auch mit mir einfach alles plündern das ist ja krass dass sie das ist ja gleich am anfang ist okay ich weiß nicht was sie jetzt machen ich suche festungen ja die sind auch hier im transit auch bei uns ja auch denke ich mal hier ist das drachen auge bitte sag ich kriegs das kopf ja ich habe ihn okay ich habe den kommen ins kopf ja schade dass wir irgendwie das drachen auge aber was wollen wir damit also ja ich werde scheiters mitnehmen ja ich wurde gerade angegriffen davon ich frage mich wie aktiviert man nun mal eine blüte ok so hilfe hilfe okay ich weiß wie man eine blüte hilfe was machst du ich werde die ganze zeit angegriffen von diesem fisch also ich bin so tot ich werde auch von den fischern angegriffen oh mein gott ist gerade zu überlebt probier steigers mitzunehmen so viel die kann man nicht dingsen mit dem pfeil oder was wo bist du ich bin hier oben auf diesen turm drauf hallo ich frage mich wie du jetzt runterkommst wie komme ich jetzt runter naja von dem schiff gute frage oh nein da war da war eine ja doch dann ist ja wo bei mir bei mir bei mir ja war bei mir ich habe eine schulker dings nein nein ach die dinger kann man abwehren ja kann sie kaputt machen wusste ich gar nicht hier soll ich rüber auf auf den turm oder was unter am besten soll ich mich die pen nämlich das schaden so was ist wenn ich wenn ich nehme schaden wenn ich mich runter mit der ender perle teleportiere ja aber wegen feilschaden kriegst du da keinen großartigen schaden ok ok so wo bist du wo bist du ich bin hier unten wo entfernt unten bei bei der festung da bin ja bei dir ach ja hier so ok dann gehen wir suchen mal was suchen na für dich nach der löter ach so ja dann kommen sie in der besten schulker dings ich würde sagen welche richtung gehen wir norden oder ich habe keinen mehr keine plöcke die stadt am ende des spiels ok entweder die haben unsere gefunden nehmen das stück im ende war bei uns er aber doch der immer ein creative wieso weiß ich nicht oder erst ein kreativ diese endermans alter ich hasse das das schaffen wir nicht mehr tp'n soll ich könne ich könne mir darüber fliegen und du könntest sich dann tp'n das können wir machen ich glaube das wäre sinnvoll wenn wir das so machen aber lande zuerst ich bin auf dem baum gelandet reißen ja ja es macht schon bock irgendwie gerade hier auf suche zu gehen ich hätte mir ein kürbis aussetzen sollen ja gut weil solange du dir nicht anguckt das wird schon nicht auf welcher insel wollen wir rechts oder links links wie sie ich hab du hast ich hab du hast wirklich einen gefunden haben oh mein gott er hat ich will mir angucken er hat eine gefunden ich habe leider für dich keine verzauberungen ich habe meine erste einzige 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 elitra hinterm horizont geht es weiter ich habe eher eine elitra als melonia als als dicks doch klein das ist echt alter du hast eine gefunden vielen vielen genau wo du gerade weggegangen bist habe ich es gefunden ist ja vielen 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 dank dass du dafür dass sie ja die ganze schalke auswahrung bringt ja damit wir schalter kisten haben alter vielen 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 dank okay ich habe den nächste was schalker blüttings ich habe die nächste elitra was hättest du dann gemacht wenn ich das gesagt hätte nichts nichts ich habe also ich könnte mir jetzt einen koopfen wenn ich wüsste wie man sich eine koopfen was elitra nein schalker eine kiste in die mitte und oben unten dann so eine kapsel äh ich will ja nicht sagen junge brauchen wir die rüstung eigentlich nicht oder nehm ich trotzdem mal mit ein wasser eimer alles noch nicht so eine schalker schale hilfe ich bin fast tot ist was also insgesamt war es eine gute ausbeute muss ich sagen die dinger könnte ich weg teleportieren ja jetzt am horizont geht es weiter ok ok mr schochi man hat es auch ich habe fünf oder zwei machen war es für was ich wäre fast gestorben und fallschaden jetzt habe ich sechs ok wollen wir weitersuchen war es nach schulka oder der hydra machen dass jeder so zwei liter hat ja das ist sowieso eine pro taktik warte mal jetzt kann ich ja auch fliegen aber ich habe keine dinge ist ich habe keine was kein banding und so nein ich habe auch keine raketen ach so war ansonsten schon mehr kein problem raketen habe ich wie viel 3 6 aus uns kannst du mir welche geben also hatte ich aber ja ich kann mir wissen was geben ja das findet also ich habe jetzt auch eine lüttra weiß nur wissen auf deine lüttra fassen dass sie nicht kaputt geht ganz nur ok ich glaube ich hatte noch nie so krass ich hatte glaube ich noch nie eine richtige selbst verdienter lüttra hatte ich glaube ich noch nie das ist so schön 80 verbraucht sie beim fliegen auch alle das ist so schön zu fliegen mit der lüttra vor allem richtig verdient natürlich auch dings ich glaube ich auch noch nicht wenn deine lüttra kaputt geht ich würde sagen dann gehe zurück zur reparatur und mache reparatur auf seine lüttra drauf dann bei unserem dorf ja das merkt man aber auch sobald man mit der lüttra fliegt das merkt man wenn das server legen tut ja bestimmt weil so viel chance grad geladen werden ja das kann so wir gucken dass zumindest jeder noch zwei hat von uns das ding ist die chance waren halt nicht so krass schnell ja weil man so eine kleine chance ich weiter hd nutze ich ja übel schneller ja weil du da nichts drauf hast deswegen soll ich sonst jetzt einmal kurz nach hause gehen ja reparieren auch mal deine lüttra ist ja keep inventory an ja hast du ja gemacht ich hoffe es hat ja dann sind auch die ganze zeit gestorben okay ja ich habe meine sachen also jetzt hier ist es gerade habe ich reparatur noch ist die frage ich habe eine festung aber mit schiff also ich habe wieder eine lüttra für mich besser suche ich dann noch gleich eine für dich tatsächlich habe ich keine reparatur mehr muss ich ja train wie viel 13 glaube ich war okay ich habe 14 dann geht es jetzt habe ich kann ich in unserem dorf auch fliegen ist also ich habe das gucken wo der typ ist warst du den eingesperrt ich glaube das war ein kleines haus schutz vier bann vier nähe das was so freunde ich tue jetzt hier noch ein paar öfen kraften das was für die folge gewesen ist schon lange genug wenn es euch gefallen hat was ein leichter abonnieren aktiviert die glocke um keine videos mehr zu verfassen aber rein oder schreibt netten kommenter bis zur nächsten folge und tschau tschau bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020